Guten Abend, Näher. Du siehst atemberaubend aus. Seine Stimme klingt eine Oktave höher. Vielen Dank. Wie nett von dir. Ich sehe aus den Augenwinkeln, wie Manu die Augen verdreht. Er ist gegen dieses Kleid, weil es seiner Meinung nach die Aufmerksamkeit am heutigen Abend auf die falschen Qualitäten lenkt. Ich betrachte es hingegen als geeignetes Ablenkungsmanöver. Darf ich bitten? Connor reicht mir seinen Arm. Manieren hat er. Das muss ich ihm lassen. Sehr gern. Ich trete aus dem Haus und hake mich bei ihm ein. Dann schlendern wir los. Kommt dein Leibwächter gar nicht mit? Connor sieht sich fragend um. Nein, hier auf dem Gelände bin ich sicher. Aber Manu wird nicht untätig bleiben. Während ich mich beim Abendessen vergnüge oder gegebenenfalls langweile, wird er sich das Gelände der Academy näher ansehen. Mit einem Angriff auf mich müssen wir nun jederzeit rechnen. Solange ich für die Thronfolge unwichtig war, war es relativ unwahrscheinlich, dass sich jemand für mich interessiert. Doch das hat sich nun geändert. Connor nickt, als ob ihm das auch klar ist. Hast du dich ein wenig ausruhen können? Er wechselt in einen lockeren Plauderton, der dafür sorgt, dass ich mich tatsächlich entspanne. Ja, das konnte ich. Es ist schön hier. Das ist keine Lüge, denn das ist es wirklich. Mittlerweile ist es zwar schon dunkel geworden, aber der schwere Geruch der feuchten Blätter liegt dennoch in der Luft und erinnert mich an das beeindruckende Farbenspiel der Bäume.